Gallys Abenteuer. Geheimmission. Pommeles Loch. Klasse, Gallye Tims, ein Abenteuer! Achtung, der Lehrer kommt! Guten Tag, meine Schüler! Rallye, warte mal! Was ist denn? Mensch, Rallye, hast du das gehört? Das ist meine Chance, dass ich von meiner 5 runterkomme und doch noch versetzt werde. Was denn für eine olle Höhle? Über das Pommeles Loch oder so ähnlich. Ach, du meinst wohl das Pommeles Loch. Das kenne ich. Ach so nah, ich dachte, die wäre irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Quatsch, und du hast eine 2 in MNK? Das sind nur etwa 3 Kilometer von hier. Da kann man so nur da hinlaufen. Ach so, was du dir schon denken kannst. Das heißt, ihren Eltern haben die 2 natürlich nicht gesagt, wohin sie fahren. Rallye, hier ist die Abzweigen. Laut Kapp noch etwa 600 Meter. Mann, das ist ja stockdunkel da drin. Das sieht man nicht mal bis auf den Boden. Dann solltet ihr abseilen können. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein. Nö. Also muss ich euch das vorher beibringen. Hier, nimm das Seilende und mach es an dir fest. Dann kann ich dich ablassen. Wow, das macht Spaß. Ich bin unten. Dann mach dich vom Seil los. Jetzt ist Ralle dran. Na super. Da habe ich mich aber mal wieder auf was eingelassen. Mit 2 so Halbschuh-Tirolern zum Klettern. Wow, geil. Und wie das hier klingt. Hallo. Spinnst du? Hör auf damit. Das ist aber merkwürdig. Was denn? Na, Gallye sagt, er geht zu Henning. Henning sagt, er geht zu Ralle. Und Ralle sagt, er geht zu Gallye. Komisch. Seht ihr? Geht ganz leicht. Henning, was ist passiert? Hier wagen 3442 an Zentrale. Negativ. Am Tümpel ist keine Menschenseele. Es waren auch keine Fahrradspuren zu erkennen. Hilfe! Hilfe! Wir sind hier unten! Gally? Nein, tut mir leid. Hier ist noch einmal die Polizeiwache. Mir scheint, die Jungs sind noch nicht heimgekommen. Nein, leider nicht. Alles Roger. Wir fliegen sofort los und werden in genau, ähm, 6 Minuten über eurem Luftraum kreisen. Over and out. Hallo? Ist hier jemand? Gallye. Was soll die da drin sein? Niemand. Scheint niemand hier zu sein. Wir werden hier unten verhungern. Gallyes Abenteuer. Geheimmission Pommeles Loch. Erhältlich als Taschenbuch und Hörspiel. Erhältlich als Taschenbuch und Hörspiel.